Hygienes Gebäude ist fehlgeschlagen. Was ist denn hier los? Nix klappt hier in der Scheiße. Oh! 10 Minuten zu gehen. Hygien. Warum Hygien? Warum so früh? Ja, weil die Einstellung, hast du da irgendwas generell geändert? Nein. Okay, dann wundert du mich, dass es echt zu früh ist. Die ist auch noch zur Hälfte zurückgesetzt. Bei mir ist ewig, also wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Stunden jetzt Dolo gespielt. So ganz, ganz bisschen ist die Anzeige erst. Ich will meine... Nein, ich hab ja gerade noch mal gucken. Wenn die jetzt hier schon abgeht... Denken wir mal eine Bettdingens hier hin, kann ich das? Warum kann ich das nicht bauen? Ja, ich kann nicht gar nichts mehr bauen momentan. Ja, vielleicht wegen der Säuberung? Ich bin jetzt neu. Ich will das nicht bauen. Ich bin jetzt noch ein paar Stunden. Während der Säuberung kannst du glaube ich nicht bauen, wenn die angekündigt ist, weiß ich nicht. Ja, ich kann ja mein Dings nicht mehr platzieren, meine Faserstadt kann ich nicht mehr bauen. Ja, das ist natürlich dumm. Das ist ja wirklich nicht so geil. Das ist wirklich dumm. Ich hab mich auch noch keine. Ja, ich kann auch nichts mehr bauen. Ich wollte mich hier setzen und es geht nichts mehr. Gut, dann sind wir gleich auf Smitty. Gut, dann ja, das ist ja ein bisschen blöd, dass du das nicht mehr bauen kannst. Ist die Frage, welche Base greifen wir denn an? Kannst du einstellen. Ne, die greifen uns an. Ach, dann können wir ja gar keine Betten bauen. Ne, du kannst, im Moment können wir nichts bauen, das ist ja das blöde. Vor allem 10 Minuten lang sinnlos rumwarten, du kannst ja nichts anderes machen gerade, außer Farben, okay. Achso, die Schmelzen sind dann noch gar nicht gebaut, ne? Ne. Okay, man kann die hier schon umsetzen, aber das geht jetzt auch nicht. Fünf Sekunden, Leute. Gibt's erstmal richtig auf der Fresse. Los geht's. Ein Rudel, sind das wirklich dann? Mehr als einer. Von oben. Ja, von oben, ja. Von unten auch. Unten sind auch vier Stück. Von oben sind zwei. Sie kommen. Okay, ich werde hochgehen. Ich bin auch oben. Gut, bleib ich unten mit. Ich auch. Dann bleib ich alleine unten. Ja, genau. Ich komm runter. Oh, es sind, hier unten kommen ein paar mehr. Da kommen vier. Wo vier Stück auf einmal natürlich auch. Ja, geht aber. Hier ist es okay. Wenn da irgendwie unser Boss wieder bei ist, ist alles gut. Die haben sie auch nicht eilig, ne? Ne, ne. Dann sind vielleicht die beiden da oben fertig mit den beiden, dass die dann hier runterkommen können. Aber noch mehr. Jetzt kommen sie, jetzt haben sie es mehr. Boop, drei Stück niedergemacht. Sehr gut. Hier kommen sie runter. Ich will doch auf mich beißen. Was ist denn? Einer muss blocken. Noch einer oben. Blocken, blocken, blocken. Wer ist denn hier schon so los, Mitty? Ja, ich. Das ist wirklich lade. Da kommen noch zwei. Die ist hinüber. Sehr gut. Gönn dir mal was. Ich hab nix dabei. Ist noch wer oben? Hier kommen noch mehr oben. Ich komme. Ich gehe zu weit. Bleibt hier oben. Ich decke mich doch. Ja, manchmal. Das Schild ist einfach scheiße, oder? Ja, ich glaube, das ist auch nicht sowas Gute. Häng das weg. Ich krieg keinen Schaden, muss ich dir sagen. Dann habe ich stärkere Erne. Passt du sowas auf Stärken, ne? Auf Stärke. Okay. Okay, die sind erledigt. War es das schon? Ich habe keine Musik mehr und nichts. Gründen sind noch zwei. Ich habe generell keine Musik. Locken die locker weg. Kein Thema. Was hier hingefallen ist. Oh. Ja, sammelt sich neu. Natürlich. Das heißt aber, glaube ich, für das nächste Mal. Die sind tot. Ach so. Oh, ich hoffe. Dann werden wir mal ein bisschen Hyänenfell ernten. Ja. Bin ich auch gerade dabei. Mach mal. Mach's mal weg. Dann bau du mal weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir wirklich schon durch sind. Ich glaube schon. Also, es ist schon wieder gestiegen, ey. Ja, das müssen wir dann unbedingt mal. Das läuft mal eine Minute. Ey, geht weiter. Das hätte ich mir glauben. Da rechts steht's. Ja, ja, ist aber eben gerade was nicht da. Jetzt ist auch geploppt. Ich will bauen. Guck mal wieder, baust du jetzt oder nicht? Dann glaube ich immer noch nicht. Aber dafür, dass du dich neu sammeln möchtest, ich recht wenig. Meine Einzige, die kommen auch noch eine Minute. Ich wollte sagen, die brauchen noch... Ach so, ich dachte, die Säuberung läuft noch. 30 Sekunden verblasen die Zeit. Nee, nee, die Naht. Wie beim letzten Mal in 30 Sekunden sind sie wieder da. Ah, okay. Ich hoffe, ich gieße es nicht zehnmal am Stück hier. Ja, ich hoffe auch nicht. Ich stelle mich jetzt hier oben hin und knall sie einfach ab. Genau. Dann brauche ich nicht zuschlagen, weil du alle schon erschossen hast, bevor die hier sind. Ganz genau. Das will ich hoffen. Ich muss einmal mein Schwert heben. Dann wirst du zum Verbanden aus unserem Lager. Oh, die Fackel rausbrennen sie ab. Zeit gibt es in die Seite noch. Ja, stimmt. Eine Armada greift an. Was? Die Zeit bis zur nächsten Perch muss man dann unbedingt runter drinnen. Oh, die sind auf dem anderen Flughafen. Da kommt doch ein Typ mit. Kommt ein Typ mit, ja. Der Hüdel, äh, Hüdel. Hüdel. Hüdel, Hüdel. Hüdel, Hüdel. Hüdel, Hüdel. Hüdel bringt sein Hüdel mit. Das habe ich mit Hüdel abgekürzt. Oh, scheiße. Da oben ist, glaube ich, nichts rein. Hilfe. Oben sieht es gut aus, oder was? Ja. Oh, 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 wo wollen sie noch hin? Vorsicht, wir wollen hier, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Alle, alle, alle Fünfer füllen. Das rasiert rein. Alter, das ist schnell. Ich blocke sie und ihr könnt sie gut verpassen. Kommt aber auch der Bestiemeister mit. Das ist okay. Nicht der, die. Ich wohne. Okay, das ist ihnen. I killed. So, wo ist denn der Bestiemeister? Ich stehe da. Bogenschützer. Hör mal. Guck da blöd jetzt. Sein Bogen. Klar, guck da blöd. Drei Nahkämpfer in die Fresse hauen und er hat nur ein Bogen. Er ist ja da sein Schwert gezogen. Ah, okay. Hör blöd, 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 blöd. Er hat in der Mitte durchgeteilt. Was hat er denn? Ach, Gottchen. Eine Wasserkugel hat er in der Tasche. Oh, hier kommen die nächsten wenige. Alter, das ist nicht wirklich. Das wäre auch noch kein Rudel, ne? Oh, das hört ja auch nicht auf. Komm, wo holten wir denn hin? Das sind nochmal fünf. Wir haben irgendwie einen Fokus immer gerne. Ja, die eine bin ich mit mir jetzt ein bisschen spielen. Ah, oben kommt nichts. Oh Mann, ey. Mich hauen mich in die Decke, das ist ganz schlecht. Also zweimal die Decke. Oh, ich sterbe. Oh nein. Scheiße. Gestorben? Ja. Ja, ist nicht großartig. So. Wentscht das hier? Ne. Ich ja. Achso. Oh, guter Mann. Äh, gut, war raus. Entschuldigung. Kommt jetzt noch was? Weil irgendwie ist noch nichts passiert. Alter, hab ich nur diesen Sack. Guck mal, ob ich mich aber auch noch darf. Ja, da kommt noch, äh, noch zwei kommen da hoch. Also zwölf Stück, wie ich fast befürchtet hatte. Zwölfe. Äh, ein Ruder halt, ne? Ja, muss ein Stein, ein Schild und so reparieren. Das ist ja, äh, was von wo kommen die? Ach da, da seh ich schon was. Was von oben? Na unten? Nee. Was parkt der denn oben? So, eine, genau, eine ist nach unten. Die kaut ein bisschen auf Völn hier rum. Ja. Und sammelt sich neue, wie oft denn noch? Alter. Was ist denn das? Das ist ein bisschen nervig. Ja. In der Tat. Warte, jetzt schon so früh stürzt ein bisschen, ne? Ja, ja. Du kannst jetzt 30 Minuten nichts anderes machen, außer gegen die Dinger zu kämpfen. Ist das 30 Minuten lang? Naja, aber da 10 Minuten haben wir schon gewartet. Jetzt haben wir, ähm, ähm, gekämpft gegen die. Hat auch bestimmt schon mal 5 gedauert, dann nochmal jetzt gekämpft. Nochmal 5 Minuten mit der Wartezeit. Jetzt nochmal greifen sie an. Das sind am Ende bestimmt locker 30 Minuten. Ja, wahrscheinlich schon. Was ist denn da unten diese Säuberung? Das ist heil, wenn er das Inventar aufmacht. Das ist das jetzt. Genau. Aber die wird schon wieder voll, ne? Die ist schon wieder gleich beim nächsten Balken. Ja, genau deswegen. Das ist ein Riesenbalken gerade nach vorne gesprungen. Je mehr du machst, ne? Und killst und braust und so, das so... Das heißt, es ist nicht die Idee, die Säuberung jetzt. Genau. Also ist eine Säuberung eigentlich auch eher kacke, weil da durch der Balken wieder steigt. Und wenn wir die jetzt gemacht haben, ist da wieder voll und wir machen gleich die nächste. Ja, wahrscheinlich. Guckt euch den Balken an. Das wird teufelskreis. Kommt jetzt noch was oder nicht? Ja, die sammeln sich neu. Es dauert sich ein paar Sekunden, dann kommt er wieder eine Minute und dann geht's weiter. Ja, hundertprozentig. Sinn. Ich hab drei Eisenbahnen in der Tasche und zehn Kohle. Herzlichen Glückwunsch. 116 Eisenbahnen in der Tasche. Also 116 in Metall, Entschuldigung. Was? Ich wollte gerade sagen, da fallen her schon wieder Eisenbahnen her. Ja, ich hab die Schmelze schon gebaut. Ich sag's euch aber nicht. Ja, genau. Ich sag euch nicht, wo ich sie hingebaut habe. Das ist die Frage, ob wir dann lieber jetzt direkt mal kurz in Einstellung dann rumfliemeln müssten. Ich denke, ja. Wieso nicht? Es ist auch keiner, wie lange dauert, dass es bis die nächste Anzeige da jetzt kommt. Ist es wirklich vorbei? Ja, wahrscheinlich. Also ich konnte jetzt die Kiste wieder nicht umsetzen. Nein, das steht, wenn du bauen willst, wäre ein Säuberung nicht möglich. Okay, dann ist die wohl noch im Gange. Die hängt noch irgendwo nicht. Besser schafft das. Wir haben eine Ecke. Ja, da kommt's. Eine Minute. Ach, Gott sei Dank. Okay, nach der gucken wir mal die Säuberungsanzeige an. Die ist bestimmt dann beim weißen Balken. Ja. Nee, die wird locker drüber geschossen sein. Und ab dann kann sie halt auslösen. Da müsste wirklich irgendwas komisches verändert haben. Nein, da habe ich nichts umgestilltes müssen. Ja, ich glaube, beim letzten Mal haben wir sie, glaube ich, deaktiviert, oder? Okay, von wo kommen sie? Ich weiß nicht genau, wo wir uns rauskommen aus dem Olexis. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Auf dem Dach? Hast du denn bei euch gespawnt, oder was? Ja. Und mit einem Typ dabei, da kommen immer mehr oben aus dem Dach raus. Alter, runter vom Dach. Kommt, er ist runter hier. Knallseile runter. Die trauen sich gar nicht. Das sind ja irgendwelche. Dem Mond. Das sind diese untoten Hygiene. Gucken, was anderes kommt. Nö. Kommt, er runter. Schieß ihm ins Gesicht, aber der Bogen ist so kacke. Die trauen sich nicht. Das läuft ja auch noch weg. Beim Schiss, da runter zu springen. Oh, wer ist denn näher? Dunemann, der Dragon. Dragonär. Dunemann? Der Dunemann. Alter, er ist Dunemann. Er guckt aber auch nur ganz blöde da oben rum. Und jetzt schießt er auf, äh, beide. Oh, jetzt hab ich auch irgendwas abgekriegt, dann. Der schießt da auf, beide rum. Traut sich nicht. Kommt jetzt auch hoch, was soll's? Aua, 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 aua. Ich geh erstmal wieder runter hier. Oh, dann noch's doch. Oh, mal ein klein Verband. Oh, immer noch nicht. Du ne Mann. Du, die, die, die. Aua. Die Fähre im Kopf, der Dunemann. Der ist schon wieder. Ja, der ist nicht der Punkt, war. Na jo, schon wieder, hier. Steh rum. Oh ja, das sind stärkere Fächer hier, ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber auf dem Dach kannst du jetzt kämpfen, das Feld. Na, ich schieß ein paar Pfeiler rein. Ja. Oh. Will spawnen denn da, verflucht noch eins? Nicht so viele, aber es stirbt einfach keiner. Na doch, ja. Die haben wir schon. Ein paar haben wir schon. Oh, gleich geht's auch weg. Okay. Oh, ich geh mal runter vom Dach. Lass mich doch mal weg hier. Ja, ja. Jetzt bin ich tot. Äh, mein. Äh. Die decken auch so dicht in den Dächern drin. Ja, ja. Ich kam da irgendwie nicht weg, weil sie sich weggelassen haben. Ich wollte das blöde Dunemann nochmal bearbeiten hier. Ja. Der Dunemann. Wo ist er denn, der Dunemann überhaupt? Ach, der ist auch verrückt, halt jetzt. Hey, das war noch... Das war noch mehr als zehn Jänen hier, oder? Oder was auch immer das sind für Hunde. Da ist meine Leiche runtergefallen. Natürlich muss ich meine Sachen von oben holen. Da hat er Falle mehr. Da ist auch noch Smilly. Da runter bin ich hier. Jetzt hab ich keine Schadenserzeige mehr. Ach doch, jetzt sehe ich wieder was. Ich kann nicht hochköttern. Irgendwann wirst du hochklettern, der keine Ahnung hat. Ach, da ist der Dunemann. Ja, der hat mich greifig getroffen, jetzt am Pfeil, der olle Dunemann. Ich komm nochmal hochgeklettert hier. Auch hoch. Ja, ich komm jetzt auch hochgeklettert. Und auch da... Geht da, geht da. Nein, 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 nein. Nein, oh Gott. Man weiß mich beim Hochklettern schon. Die Drecks-Töle. Oh, Spinn. Ich dachte, das läuft nicht. Der Dunemann ist tot. Oh, oh. Alter, die machen ganz schön Schaden. Nein, ich sterbe. Ah, kack, kack. Ich bin bei Maus gesprungen, was Panik. Entschuldigung. Keine gute Idee. Mit dem Schwert machst du dir auch nicht so viel Schaden, ne? Oh, ich bin direkt wieder runtergefallen. Oh, ich muss, ich muss auch runter. Ich bin direkt mit dem Gesicht auf der Kiste gelandet hier, wenn man da ist. Ja, wir sollten auf jeden Fall, so wie die Säuberung durch ist, in die Eistellung immer rein. Ja. Lass uns gleich mal ne kleine Cut machen hier. Nein! Das Dach. Das Dach ist kaputt. Das teure Dach. Das teure Strohdach hier. Da ist eins nur noch. Ich komme. Ich habe nichts zum Heilen. Öl ist da rausgelaufen. Oh, eines unten. Oh, okay, wurde. Im Haus. Oh, guck mal. Hey! Stopp! Ey, das ist so buggy hier rum. Ja, ich glaube, die sollten auch nicht das wollen. Nee. Das wollte mich wundern. Auf dem Dach und dann kommen sie nicht runter. Alter, ich muss unbedingt mal ein paar Skatepunkte vergeben. Ich bin ja so ein Lappen, ey. Nee, ich krieg hier gar nichts weg. Ich weiß gar nicht, wie oft das schon stand. Aufgestiegen, aufgestiegen, aufgestiegen. Ja, ja. Oh, nein, die Dichste. Nein. Zeckte da die Dreckszöle. Wo denn? Jetzt kommt sie runter. Wie unten. Noch mal schnellen Drink. Ich glaube nichts mehr. Oh, ich habe mir vorbeigelaufen. Halt, hier ist es wieder drin. Halt, hier ist es wieder drin. Komm, Kassi. Das verarsch mich, das kann ich nicht. Oh, cool. Natürlich. Dann hat man eine Säuberung. Hatten wir ja noch nicht so lange aufholen. Das war auch noch Zeit. Zumindest haben wir so lange gebraucht, dass wir diesmal nicht warten müssen, bis das losgeht. Hat jemand noch irgendwie Verbände, da was zu trinken? Ich habe nur noch Verbände, die ich dir geben könnte. Irgendwas, weil ich bin relativ, dass ich in den 30 Sekunden ein bisschen hochkomme. Ich will doch mal eine Schmelze bauen. Ich will mal ein bisschen was auf Halde legen. Die linke Kiste. Ist gleich dunkel. Die kämpfen hier schon ganz im Dach. Ach, hier habe ich die Kisten schon voll gerült. Na klar. Na klar. Runter vom... Wer steht denn wieder auf dem Dach? Verdammt. Niemand. Ist da niemand rum. Ach so. Das ist ein Gerber, der uns auftöten will. Der hat ein blaues Schwert. Ich glaube, es leuchtet nur im Mond. Was für ein Mond? Der gleich aufgeht. Ah. Das Problem ist, da tut es jetzt nicht so lange, dass keiner hochgeht. Ja, ich gehe natürlich auch. Warte, ich brauche vorhin noch ein paar Pfeile hier. Jetzt ist es darüber gekommen, aber es scheinen nur zwei Hygiene zu sein. Ja, Spau. Oder sind das mehr? Und da ist das ätzend. Ja. Warum Spau hier noch verdammt? Nein, ich kriege ich hier genau bei der Scheiße. Da kann ich dir auch wirklich nicht sagen. Shit. Oh, ein ist runtergesprungen. Na ja, ist schon mal gut. Da müssen wir doch ein bisschen warten, ne? Nein. Da haben wir so auf. Da spätestens, wenn die Dächer kaputt sind, ne? Ja. Da kommen sie runtergefallen. Da bin ich hoch, aber... Warum? Warum das Drecks? Keine Ahnung. Ja, super. Weißt mir erst mal... Oh, ich glaube, ich bin fast runtergefallen. Was ist denn mit dem? Wie fühlst du denn jetzt? Oh, jetzt muss ich weg. Das hat er mich runtergeschubst. Der Olle. Oh, Scheiße. Doch. Ah! Oh, der Schuss. Jetzt sammeln sie sich hier vorne. Es ist noch eine gespawnt. Schön. Und der Gerber ist auch wieder da. Ja. Was nicht vor denen, was? Stügischer Gerber. Einer ist weg. Jo, einer ist weg. Ich habe leider keinen Bogen. Gleich auch keine Pfeile mehr. Von daher. Ey, die schmassen mich die mal runter. Ja, ja. Ich kann mir noch eine Pfeile geben. Erstmal schnell. Was war's? Pfeile sind alle. Muss ich mal... Was braucht man für Zeit? Ich kann nur noch Pfeile... ...Holze und Äste. Glaube ich. Ähm, Stein und Äste. Kommt direkt hoch da. Ich habe 100 Pfeile reingepackt in die Kiste. Danke. Und auf jeden haben sie ein Agro auf. Floki haben sie ein Agro. Ja, auf mich haben sie ein Agro. Ich komme da gerade nicht so gut hoch. Versuche ich mal hier, wer ist denn das hier bei Q-Summet hochzukommen? Ah, du bist ein Dreckstück. Na, halt. Die schubsen auch noch. Ja. Schmeiß mich jedes Mal runter, wenn ich versuche, da hoch zu eiern. Kack, knägelig. Ja, aber ist Geschichte. Ja, aber sowas bin ich auch schon wieder unten. Ey, ich schmeiß mich jetzt nicht wieder runter. Weil sie selber kommt nicht runter. Bei uns schmeißen sie da runter, die ganze Zeit. Ja. Oh, Alter, die sind schon ein bisschen härter, du. Ja, ja. Man, nicht so ein Spaß. Es wird auch noch dunkel, ey. Aber wenn hier noch eine Runde kommt, dann... Ich habe mich aber nicht schnell zu voll, du. Pause und abändern. Noch kurz mal oben reparieren. Es gibt gar nichts mehr. Wow. Ja, ich glaube, das sind auch wir halt, ne? Wenn wir hier drauf rumprügeln. Das kann schon sein, dass hier irgendwie sich hier den Spawnpunkt merken, oder was? Nee, ich meine auch die Dächer, dass die kaputt sind. Achso, ja, das kann doch wieder sein. Komm mal hier auf die Seite, wo die Kisten sind. Ich bin schon wieder tot. Ich muss keine Ausdauermähe, ich muss kurz... Was hat denn der Gerber, der hat noch was in der Tasche? Ich habe nur abgeknallt. Junge, Junge. Du bist richtig runter. Boah. Die eulen Viecher sind. Scheiße, was, Mann. Wo bin ich denn? Hier vorne liegt eine Leiche. Das kannst du sein. Im Gesicht auf der Kiste? Die habe ich schon gelootet. Ah, nee, da, oder? Doch, die habe ich schon gelootet. Das ist wieder im Haus, richtig? Ich bin doch hier eben gestorben. Ja, jetzt sind es im Haus einer. Bei der Kiste liegt einer, aber das bist du nicht. Hallo. Da sind wir rausgelaufen. Oha, wer hier ist er? Nein, ja. Natürlich. Endlich auch noch ein paar Ehen hier. Ja. Überlebe eine Säuberung. Oh. Wirklich? War sehr gut. Kommen sie es noch trotzdem, oder nicht? Ich loote zwar gerade meine Leiche, was dem ein bisschen widerspricht, aber ich habe den Fortschritt aufgekriegt. Ich kann bauen. Ja, das war es, auf Gott sei denn. Das ist wohl erstmal jetzt gewesen zu sein. Easy going. Ja, easy peasy, ne? Können wir erstmal alle Leichen wegmachen und so? Eber, holen Sie dabei. Dämonenblut. Mach das ruhig mal mit der Axt, ja. Warum bauen wir mal? Oh, der hat die Knochen gekriegt und auch der Dämonenblut und so. Aber das Bomben hat das mal selber. Dämonenblut habe ich auch gekriegt. Das ist hier der Smitty. Was fall ich hier wohl? Da oben liegt das auch was. Der liegt denn da oben? Und totes Fleisch. Einen Kopf beschaffen. Einen Kopf. Ah ja, okay. Das geht auch nicht um diese Axt da, ne? Liegt auch noch, Floki. Der Dunemann liegt hier noch. Ja, ich versuche gerade an dir ranzukommen. Hier ist er runtergeplumpst, oder? Der lag hier unten. Da war bestimmt ein Anzeigefehler. Den habe ich gerade... Okay. Ich bin überlastet. Aber drüben liegt noch das mit ihm. Kannst du auch den Kopf abschlagen. Den habe ich schon gemacht. Ich hole euch den Arm raus und verprügel ich mit den einem Menschenarm. Stimmt. Das geht auch. Ja, das wollte ich. Aber dabei habe ich den gegessen, außer Versehen. Das musst du auch erst mal schaffen, ey. Ich habe auch Arme und Beine. Was machen wir denn damit? Schmeißen wir das weg? Ja, ich muss auch schon was mal weg. Was fangen wir da oben, ne? Oh, aber kein Platz halt, ne? Ich muss das hier, ne? Ich auch mal hier. So. Zack. Lagerfeuer. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich habe auch ganz viel. Und auf einer Holzflotte reinschmeißen. Ja, das wäre auch noch gut. Warte mal, ich habe vier. Ich habe auch hier schmackhafte Geschichten. Ey. Wenn alle was reinstopfen. So. Was ist es? Na ja, erstmals genug drinnen, glaube ich. Gut, das war ja ein Schnäppchen, die Perch. Ja. Ja, da müssen wir unbedingt die Einstellung verbessern. Wir können noch mal eine Kiste machen, glaube ich. Falls jemand tränke will, ich tue ja mal. Ne, ich hätte fast, hätte ich jetzt hierhin reingetan. Ich bin jetzt schon wieder Menschenfleisch durch. Wer isst denn das schon wieder? Ich bin es nicht, aber vor allem, das zieht er vor. Ja, genau. Da ist kein Holz mehr drin. Ja. Ich bin es auch irgendwo heute in der Kiste oder am Großvater. Ja, bestimmt. Hier, ich habe noch ein paar Barren. Müsst du übrigens mal in die Hand nehmen, wenn du in die Hand. Oh, ich kann eine Schmelze bauen. Sehr schön. Dann hier draußen. Ja, ja. Hier, fange ich an an der Ecke. Aber ich weiß nicht, wenn du Gelegenheit hast. Bis weiter noch. Ne, es geht nicht. Müsste eigentlich passen, ne? Ja, ja. Ohne, dass ich geguckt habe, sehr gut. Ich will so, wenn du Gelegenheit hast, dass wir irgendwo drin schon mal eine Ecke haben, wo wir schon mal ein paar Kisten noch aufbauen können. Ja, kommt jetzt. Der grillt echt das Menschenfleisch zuerst. Ja, ja. Das ist eine leckerste zuerst. Also klar. Ich wollte sagen, man muss Prioritäten setzen. Apropos, ich kriege auch langsam Hunger. Das ist ja schwer im Dunkeln runter. Ich brauche Steine. Wie viel Schmelzen brauchen wir denn zwei? Mindestens erst mal? Können ruhig drei sein, glaube ich. Ja, dann brauche ich drei. Das können ruhig draußen. Dann brauche ich drei Schmelzen. Aua, die Viecher schon wieder. Ich muss mir die nimm mal eine Fackel mit, wenn du runtergehst. Ja, ich müsste eine bauen. Müssten wir jetzt. Ich bin weggelaufen, das Vieh hat mich erwischt. Oh, doch, irgendwer mal ein paar Kisten noch. Ja, ich bin unterwegs. Ich hole gerade... Ich weiß gar nicht warum. Wir haben bestimmt noch Holz oben gehabt, ne? Ich wollte jetzt Holz holen. Ja, ich wollte auch ein bisschen Holz holen. Es ist noch Holz da. Oh, dann baut doch. Achso, ihr könnt... Doch, ey. Doch, müsste ich eigentlich. Warte mal, schon. Zwirn brauche ich. Ganz viel Zwirn. Gibt's auch Kisten und weitere Sachen. Ich hole Holz und Pflanzenfasern. Haben wir aber, glaube ich, eigentlich noch. Ich bin gleich Tor hoch. Eigentlich müsste ich doch nichts da bauen können. Warum könnte ich denn keine Kiste bauen? Dann, ja, sollten wir aber... uns zeitnah jetzt nochmal eben... Oh, das ging doch schon mal mit dem Tod, als ich gedacht habe. Ausloggen vielleicht. Können wir sofort machen, wenn ich hier die scheiß Echse mal geäxt habe. Äh, ja, ja, da kommt es auch schon wieder. Steinnasen. Oh, oh. Okay, da müssen wir jetzt... Eine Lafine von Steinnasen, ich weiß nicht. Dann müssen wir jetzt sofort... Ich weiß, aber die Säuberung kommt jetzt so oder so, ne? Außer wir machen sie kurz mal aus. Ich würde sie kurz ausmachen. Ja. Aber warte, ich will mal eine Sache noch holen. Dann... Was muss ich denn hier mal? Ja, ich log mich auch aus. Warte, warte, ich sammle das noch. Benden, ne? Einfach. Ja, das haben wir. Zack, beenden.